So, was haben wir denn jetzt noch? Das war alles durch. Das ist alles durch. Das heißt, machen wir mit der Hauptstory weiter. Aber finde ich schön, dass man sich so nebenbei auch noch ein bisschen ausdrücken kann. Auch gerade als Anfänger ist das glaube ich eine ganz gute Idee, um so durch Level und Gieren ein bisschen was auszugleichen. Also, nächste Mission. Der Geisterstein schlummert. Fürst Mone Shige, das Oberhaupt der Taishiba-Familie, wird vermisst, seit er zum Kampf gegen Monster aufgebrochen ist. Was in dieser Region wohl recht häufig vorkommt, weil es sind ja alle ehrbare Menschen. Und die nehmen halt solche Sachen auf sich und dann verschwinden sie. Wenn wir ihm helfen könnten, wäre das ein Segen für unseren Feldzug. Okazu hat bereits ein Treffen mit seiner Frau Ginchiyo vereinbart. William, wir sollten uns sofort auf den Weg zum Tachiba-Tachibana-Burg machen. Okay. Aber es wird nicht so leicht werden, einfach die Frau zu treffen, oder? Hui. Das sieht ominös aus. Und sehr cool. Der Schrein wurde ursprünglich errichtet, um einen zornigen und auf Rache vergesessenen Geist zu besänftigen. Doch das ist schon lange her und nun beherbergen seine Mauern gesetzlose Schurken und grausame Yokai. Es gibt Gerüchte über einen besonders furchterregenden Schrei, der nachts in der Nähe des Schreins zu hören ist. Also eventuell ist hier ein etwas stinkiger Schutzgeist, den man finden könnte, oder? Das hört sich zumindest so an. Und da ist eine Hauptquest ist, wieder Augen offen halten nach kleinen Grünmännchen. Oh, hallo. Komm schon rein, ja. Das ist die andere Ninja, ne? Was ist eine andere Form von Ninja? Oh, ich hab den Namen wieder vergessen. Die weiblichen Ninja hatten noch andere Namen. Äh, ja. Also die mit dem Hasenschutzgeist. Ist der von der Maune gestützt? Der Übergang ist doch recht abrupt. Dass William jetzt irgendwas bemerkt hat. Oh. Warum preist mich an? Da hab ich, glaub ich, was verpasst. Also ich denke, William war bei der Ehefrau. Dann hat er irgendwas mitbekommen von den anderen Frauen, die hinten saßen. Und dem weiblichen Ninja. Und die haben ihn in diese Richtung gelenkt, dass er hier bei diesem Schrein nachschauen soll. Und bisher sehr überschaubar, was die Gegner angeht. Es wurde ja auch gesagt, dass hier Banditen zu Hause sind. Und jo geil. Die Banditen sind bisher genau die gleichen wie auch in dem anderen Dorf. Gucken wir mal. Ich gehe jetzt erstmal alle Wege ab für den Einmall-Loot. Und kleine Gugelmännchen. Da ist der Einmall-Loot. Und auch schon ein erster Yu-Kai. Also ein Untoter. Kein richtiger Dämon. Also der Brücke ist noch was zu finden. Und hier kommen wir wieder. Da. So, da ist jemand mit einem Kleiner. Und hier wartet ein Dämon. Ähm, dann mach doch mal den hier. Ich wollte eigentlich kein Horn erwischen. Richtig. Dafür bin der Stern echt super. Also wenn der Dämon gerade einen Angriff macht und sich so leicht nach vorne beugt. Und dann bin der Stern. Passt das. Geh nach Hause, Kleiner. Uh, taktisches Runterspringen. Sehr gut. Er wurde jetzt nicht angezeigt. Aber ich glaube, man brauchte auch einen besonderen Gegenstand. Um die kleinen Burschen auf der Mini-Karte zu... Oh. Sehen. Hey. Ja. Gott, Gott, Gott. Erstmal das weg. Unterhaltung wechseln. Wobei, bei denen bräuchte man ja keine Unterhaltung, wie ich es gerade richtig gesehen habe. Die spucken entweder. Oder werfen die Bomben. Ja, genau wie der da. Hier geht es also nicht lang. Den Startschrein habe ich auch gar nicht aktiviert, ne? Oder war hier überhaupt keiner? Doch, da. Ja, weil das Amrita sollte schon investiert werden. Für zwei, drei Stufenaufstiege. Ja, ne, mach ruhig. Key. Ja, mehr Key. So, das heißt, alles da rechts ist wieder neu aufgetaucht, also die Banditen. Hier werden wir erst in den Schlüssel durchkommen. Ja. Ist eine der vielen vermutlichen Abkürzungen. Raum, das wollen wir nicht. Hier ist noch eine Abkürzungen. Ja. Aber es ist dieselbe. Es ist dieselbe. Das heißt, sie müssten auf die Rückseite von der Tür kommen. Sieht man für die erste Abkürzung. Kann ich hier irgendwo abkürzen. Da auch schon mal einmal. Nee, hier geht's nirgendswo hoch. Schade. Es scheinen aber wohl mehrere Leute auf die hier zu kommen und hier runter zu springen. Also, bis zu dieser Brücke bin ich hier gekommen auf der anderen Seite. Aber wie geht's denn wieder zurück? Also, wie geht's dann weiter? Hier ging's wieder hoch rechts rum. Genau. Genau. Da. Und dann muss ich jetzt auf die andere Seite. Kann ich vielleicht einen der Bäume hochhaken? Der sieht gut aus. Ah. Aschloch. Komm, gefährlich, drunter. Lumpf. Spitzhacke. Ja, nee. Natürlich auf der Seite komme ich nicht hier hoch. Also, ich muss jetzt einmal hier, nee. Hier rum? Ja. Dann über die Brücke noch rüber. Und dann ist auf der rechten Seite der Baum, den man vermutlich stylisch umkicken kann, oder? Was macht er da? Ja. Nee, nee, William. So nicht. Also, es ist schön, dass man jetzt hier auch hochtappern kann. Das heißt, man spart sich zehn Sekunden mit rumlaufen. Also, ich dachte aber eher, dass es auf die andere Seite fällt. Ja, gut. Oh, oh, hier geht's rum. Okay. Die Map sagt nix. Oh, da muss ich noch nicht. Was ist das denn? Oh, oh. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nee. Ja, das sind schon mal keine einfacheren Verdicten mehr. Die tun bestimmt gut weh, wenn sie einmal mit ihrer Kombo durchkommen. Gerade bei den Dual-Wilden. Die wechseln wir wieder auf die andere Haltung. Da, da, ne? Hois. Also wenn es nicht durchgehend regnen würde, wobei gerade der Regen macht es eigentlich recht lang. Also wenn man drinnen sitzt mit einem heißen Tee oder so, dann ist es eine sehr entspannte Gegend. Okay, okay, und keine Dämonen und vielleicht keine Leichen hier vorne so rumhängend. Aber sonst? Ja, Haltungswechsel. Und hinter dem Haus spürt William noch was. Ja, ein Leichenfresser. Ja, also so interpretiere ich die Minimap einfach mal. Seine Wahrnehmung so geschärft ist, dass er selbst hinter Häusern spürt, dass was ist. Das war eine sehr stinkende Frau. Aber hey, kein One-Hit. Das ist sehr gut. Ja, nee, das ist nix für diesen William. Ja, was für ein William aus einer anderen Welt. Hätte ich niemals gedacht, hier Dämonen zu sehen, zack, tot. Ja, Dämonen sind garstig. Da stimme ich dem röchelnden Menschen zu. Oh, hallo. Es wäre so cool gewesen, wenn ein Runtergesprung wäre und mit einem Schwertieb dann beim Runterfallen zwei erledigt. Aber nein, bei dem anderen Haus sind vier. Oh, was bist du für einer? Honda, blutiges Grab. Vater, hellscape.com, was? Man kann da Werbung machen. 37, was bin ich? 33. Aber ich habe mein Ding jetzt aktiv. Mein Schutzgeist. Das macht das Ganze jetzt schon sehr unkriegt. Und genau als er aggroht, läuft der Schutzgeist aus. Und er haut mich. Und ich bin im Stunlock. Und ich bin im Stunlock. Und bin dort. Okay. Und ich habe natürlich nicht vorher das Tor geöffnet oder in einer Form. Nö. Nö, warum auch? Ich habe Dämonen gesehen und dachte, ach, das ist noch keine Probleme. Vor allem nicht mit dem Schutzgeist. Und dann, ja. Anmaßung. Alles Anmaßung. Ich laufe mal ein paar Sachen vorbei. Oh, wieder bei der Anmaßung. Aber das ist hier wirklich human. Also verglichen mit Dark Souls 1 oder dergleichen. Dass man Sachen skippen kann. So, sind wir auf der anderen Seite der Brücke. Der Yu-Kai verfolgt uns nicht. Gut. Dann. Oh, was ist so? Ich glaube, kein Achievement. Ins Auge schießen. Nein. Ich habe ein unheimliches Gefühl bei der Abkürzung hier, dass noch irgendwas vorher kommt. Da ist noch so ein cooles Augending. Und ja, das waren wohl mal Kinder. Ich versuche, ihn mal anzuschleichen. Oh, okay. Der strauchelt dann mal eben nicht. Und kick. Nein, erst mit dem Balken weg. Ja. Zeit. Wir können uns vom Schrein aus direkt hierhin zurück. Okay. Hier ist noch irgendwas. Achso, nehmen wir das da. Die schienen alle sehr viel Respekt hier zu haben für ihren Meister. Also zumindest, was deren letzte Nachrichten so entspringt. Also ich halte mich jetzt mal links an der Wand lang, anstatt da hinzugehen, wo es offensichtlich wäre, dass man hingehen sollte. Reibst du das eine. Hallo, kleiner. Denn sollten wir jetzt auch schon recht hohe Segen abholen können. Und beim nächsten Mal mal schauen. No. Geh mal weg da. Ah. Abkürzung aufs Dach von dem Gebäude, wo ich nicht hin wollte. Jetzt verlieren wir einen Sprungangriff auf den Lachen. Ist das der Plan? William. Ey. Oh, warte. Wo ist er? Da ist er. Okay. Das war sehr witzig, so wie aus der Nebenmission. Der hatte keine Flammen, weißt du? Okay, also das Runterspringen war wahrscheinlich Oberkirche. Ich hätte einfach mit einem Bogen ihn aus der Entfernung stunnen können, wenn ich sein Auge treffe. Dann ranlaufen und Y-Tacka nach unten. Das geht auch. Also falls er respawnt, dass ich mir schon mal merke, was ich machen soll. Ich bin hier einmal außen links rum. Das heißt, ich sollte noch einmal hinter das Gebäude. Rein geht es nicht, ne? Nein. Ich stelle das mal weg. Ich schätze das mal weg. Ich schätze das mal weg. Ich schätze das mal weg. Also, ich schätze das mal weg. Vielen Dank.